Eigentlich könnte einige leider bleiben. Kannst du noch kurz gucken, komm? Äh, Moment. Ich bin gerade überhaupt froh, dass ich hier oben bin. Ach so. Weil ich wissen wollte, wie du die Lösung für den Eingang hältst. Deswegen sollte ich das jetzt mal kurz zu mir kommen. Jetzt lass mich raten, ich hab dir dieselbe Höhe wieder gebaut. Nee, doch nicht. Kommt man durch oder nicht? Ja, kommt man. Ja, ich muss mir noch eine Lösung einfallen lassen. Für den Unterschied. Ja. Ich brauche einen Raum für den Zauber. Ähm, der Höheneingang. Äh, der jetzt da. Naja, geht ja. Kann man da runter steppen und so weiter. Ähm. Ja. Aber die Aussicht ist gut, gell? Ja. Ich bin mir unsicher, wie, äh, ich das da unten bauen soll. Ui. Ja, bitte. Ich höre übrigens auf, aufzunehmen, wenn die Aufnahme vorbei ist. Ähm, ich auch, das ist jetzt nämlich die letzte Folge bei mir. Ähm. 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 Ich darf jetzt nur, weil ich auch aufhöre. Ne, ne. Ich wollte, äh, wollte, ich wollte dich gefragt haben, aber war unsicher. Ja. Und das ist jetzt wirklich wahr. Ähm. Ähm. Wo ist eigentlich meine Dierspitze, Ding? Weiß ich nicht. wo du ihn getan hast. Für sie. Sie kann sie nicht haben, weil der war die ganze Zeit unterwegs. Der war die ganze Zeit für mich was zu erholen. Und ich hab sie auch nicht. Hm... Hier wollte ich gar nicht dran. Ich wollte eine Treppe bauen. Ich brauch nur drei Stufen. Okay, vier reichen auch. Ja, doch vier Stufen. Oh, schon. Schau da. Ah, Pixelkraft. Warum musst du da mit keinem einzelnen Kiste, die ich hier sehe? Keine Ahnung. Ich wollte dich eigentlich damit beschmeißen, habe aber die Tasten vertauscht. warte, 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 warte. Ah, ich hab's wieder. Moment, Moment. Dreh ich um. Komm, dreh ich um. Ich mag's eher von hinten so. Oh. Ich hab das... Ich wollte das werfen. War das nächste Mal rausgekommen. Wollte ich nicht schlagen. Irgendwie ja schon. Hast du Sand? Sand? Nein. Aber ich kann mich nicht holen. Nee, nee, brauchst du nicht. Ähm. Das hast du nicht gesehen. Okay, erst mal. Na, okay. Du hast es wirklich nicht gesehen. Gut. Meine Dias. Nu, meine Leiche. Oh nein, nein. Nein, das hätte ich nicht sagen sollen. Nein, 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 nein. Mach dich ab. Mach dich ab. Ich hatte nur noch zwei Herzen. Ich hatte nur noch zwei Herzen. Gut, dann geh runter und such dir dein eigenes Bett. Hilfe. Ja, hi, Joni. Wie geht's euch? Bei den Pixelkraften, Joni. Easy, ein bisschen schneller als sonntags. Ja, ich hab keinen... Währenddessen kann ich mal an meinem... Äh, kann ich kurz was essen noch. Ich hab ja einen Apfel. Es sind Monster in der... Moment mal. Damit ist aber nicht, äh, Izzy gemeint, gell? Es sind Monster in der Nähe. Izzy, zieh deine Helm wieder an. Du bist total hässlich. Ich hätte extra... Ja, hab ich an. Ja, und dann noch deine Papiertüte. Ich hatte den Preis zum hässlichen Menschen der Welt bekommen. Doch mal, hast du, äh... Hast du... Izzy, Izzy, Izzy. Doch mal. Doch, du hast Sand. Ich hab dir extra Sand noch geholt. Lecker. Danke. Oh, nee, schon wieder der Creeper, Alter. Ohne Witz. Boah, das war ein bisschen Risky. Hier ist nur Spinne. Schön Baby-Zombie. Wo ist der? Auf rechts. Der ist da. Guck mal. Der ist so klein, man hat ihn nicht gesehen. Na komm, kleiner. Komm, kleiner Mann. Der macht mir keinen Schaden mehr. Doch, jetzt. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh hast du die eier zu kommen hast du die ja ja in der hose oder ich brauchte nur sachen aus dem meter hast du eigentlich noch sand oder glas als ob du kein glas mehr hast ja nee warte bevor du los gehst gucke ich noch mal wir haben bestimmt genügend sand mitgebracht als erst noch nicht mal glasscheiben daraus gemacht wo ist das ganze glas hin also sobald ich wieder die herzen voll habe die ich in den meter und dann fick ich die hexe hier sind alten schrumpelig oder nicht ja gil vanter junge ich glaube das schwang ist jetzt im meter ich habe mir mal glas von dir genommen ich hab glas gefunden und 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 hm 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 Seelensand. Muss ein bisschen? Mh-mh. Da oben ist ein garstiger Gas. Hm. Oh, gleich. Eigentlich nicht. Ich muss noch ein bisschen... Hm. Also, die Hexe hat mir ein Gloucester gegeben, als ich sie gedrückt habe. Hm. Isi, was meinst du? Wo bist du eigentlich wieder? Brauchst du nicht. Ich hab schon Glas gefunden. Beim Daumen. Ich hab mir das geklaut. Oh, schau. Ich bring dir das aber gleich wieder, Daumen. Ich brauch nicht viel Glas. Also, ich find den Eingang halbwegs gelungen. Kommt dann doch gleich... Steps könnte ich da hinmachen. Mein Inventar ist dauerhaft voll, Alter. Das wollte aber fast reichen, glaub ich. Guck mal, Isi, was meinst du? Gut gelöst. Mit dem Eingang. Jo. So. 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 Hm. So. Ja. Hast du drei Eimer? Ich habe einen Eimer, das weiß ich. Aber ich habe auch genügend Eisen, dass ich dir noch gleich zwei weitere machen kann. Ich brauche nämlich ein paar Eimer. Soll ich die Wände hier mit Cobblestone... Mach, wie dir lieb ist. Das ist mir relativ dann. Ich war auch im Überlegen. Also hier unten dann gerade noch Holz hin und dann Richtung Aufgang damit Stein arbeiten. Die ganze Zeit Tür auf, Tür zu. Das macht mich kirre. Aber ich spring da sowieso die ganze Zeit drauf rum. Ich glaube, in der Aufnahme fuckt es dann auch ab, gell? Weil ich die ganze Zeit auf die Tür drauf getreten bin. Auch hier. Aber ich bin die Kirche. So, ähm, ich setze hier gerade noch die zwei Treppen hin. Einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch. Da muss ich aber noch abrunden. Und ich würde sagen, überanstrengend nicht, komm mit hoch. Oh, ich sollte... Okay. In der nächsten Folge bauen wir dann weiter. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an Dominik fürs mit dabei sein. Und vielen Dank auch an Izzy fürs fleißig sein. Das haue ich ihn wieder, ja. Los, zieh dich. Nein. Ich hoffe, ihr seid auch wieder beim nächsten Mal mit dabei, wenn es heißt Let's Play Minecraft. Bewerten kommt hier nicht vergessen. Und bis dahin.